Die Flüsterer von Ergonon Blackwood Gelesen von Alexander Wohnhaas Sich Dinge besonders gut vorstellen zu können, ist ebenso eine Quelle der Schwäche, wie überempfindlich zu sein. So viele Eindrücke strömen auf einen ein, dass Verwirrung die Folge ist. Der Geist erstickt, die Vorstellungskraft wird überlastet. Jones als fantasievoller Schriftsteller war sich dessen wohl bewusst, konnte es aber nicht immer verhindern, denn wenn er seinen Geist auf einen Eindruck abstumpfte, lief er Gefahr, ihn für alle abzustumpfen. Seinen Hauptgedanken zu bewahren und ihn sicher durch die Flut der Ergänzungen zu leiten, die sich ihm sofort anschlossen, war ein psychologisches Rätsel, das manchmal seine Fähigkeit zur kritischen Auswahl überforderte. Er bereitete sich jedoch stets darauf vor. Einmal bat ihn ein Redakteur um eine Geschichte. Etwa 5000 Wörter, wissen Sie? Und Jones antwortete, Ich schicke sie Ihnen gerne, wenn ich eine Idee dazu habe. Er kannte seine Schwäche nur allzu gut und vermied es je mehr zu versprechen. An Ideen mangelte es ihm nie. Aber die Dauer der Bearbeitung gehörte zu einer Maschinerie, die er nicht erzwingen konnte. Sie waren lebendig. Sie weigerten sich, sich ihm zu fügen, um bloßen Redakteuren zu genügen. Mitten in einer Geschichte, die in ihrem ursprünglichen Keim kristallklar und eindeutig aussah, ergoss sich eine Flut neuer Eindrücke, die entweder das erste Konzept erstickten oder es bis zur Unkenntlichkeit weiterentwickelten. Oft entfaltete sich eine Kurzgeschichte auf diese Weise, ohne dass er sie aufhalten konnte. Er begann eine, ohne zu wissen, wohin sie ihn führen würde. Es war immer ein Abenteuer. Wie die Bohnenstange von Jack, dem Riesentöter, wuchs sie heimlich in der Nacht, genährt von allem, was er las, sah, fühlte oder hörte. Jones war zu leicht zu beeindrucken. Er nahm zu viele Einflüsse auf, und zwar einfach so. Aus diesem Grund bevorzugte er, wenn er an einer bestimmten kurzen Idee arbeitete, einen leeren Raum, ohne Bilder, Möbel, Bücher oder irgendetwas Suggestives, und mit einem Oberlicht, sodass sie nicht einmal die Landschaft oder das Wetter draußen ablenkten. Nur Tinte, leeres Papier und das klare Bild in seinem Kopf. Sein eigenes Inneres, unbeeinflusst von den Geisieren des äußeren Lebens, versuchte er so in gewisser Weise zu fokussieren. Doch selbst unter diesen günstigen Bedingungen war die Sache nicht allzu einfach. So schöpferisch war sein sensibler Geist. Seine Erfahrung im leeren Zimmer des Schreinerhauses hingegen war ein kurioser Fall, in dem kleinen Juradorf, in dem sein Vetter lebte, um seine Kinder zu erziehen. »Wir wohnen alle in einer Pension über der Post,« schrieb der Cousin. »Aber im Moment ist das Haus voll, und außerdem ist es ziemlich laut. »Ich habe für dich ein Dachzimmer in der Schreinerei gemietet, ganz in der Nähe des Waldes. Einige meiner Sachen waren dort den ganzen Winter über gelagert, aber ich habe die Kisten heute Morgen herausgeholt. Dort gibt es ein Bett, einen Schreibtisch, eine Waschgelegenheit, ein Sofa und ein helles Fenster. Ansonsten ist es leer. Ich weiß ja, dass du es so bevorzugst. Zum Essen kannst du gerne zu uns rüberkommen, und so weiter und so weiter. Und das kam Jones gerade recht, der sechs Wochen Arbeit vor sich hatte, für die er Einsamkeit und Ruhe suchte. Seine Idee für die neue Geschichte war noch ein zartes Pflänzchen. Äußere Einflüsse würden die klare Darstellung leicht im Keim ersticken. Der Umgang mit ihr musste gefühlvoll, einfach und unverfälscht sein. Der Raum war eigentlich ein Dachboden, aber groß, weit und hoch. Er hörte den Wind durch das Dachfenster rauschen, wenn er zu Bett ging. Wenn der Schrank geöffnet war, hörte er auch dort den Wind, der an den Außenwänden und über die Dachziegel hinweg wehte. Von seinem Kopfkissen aus sah er einen Fleck Sterne auf ihn herabblicken. Jones wusste, dass die Berge und der Wald nahe waren, aber er konnte sie nicht sehen. Besser noch, er konnte sie nicht riechen. Und er ging todmüde ins Bett, voll von seinem Thema für die Arbeit am nächsten Morgen. Er hatte die Geschichte schon vor Augen, bis auf das Ende. Fast hätte er die 5000 Wörter seinem Redakteur bereits versprechen können. Mit dem Morgengrauen würde er aufstehen und loslegen. Denn er wachte gewöhnlich sehr früh auf. Sein Geist war überladen, als hätte das Unterbewusstsein den Stoff im Schlaf reifen lassen. Ein kaltes Bad, eine Tasse Tee und dann sein Schreibtisch. Und je schneller er den Schreibtisch erreichen konnte, desto reicher war der Inhalt der fantasievollen Gedanken. Was ihn in der Nacht zuvor verwirrt hatte, war am Morgen immer geklärt. Nur Krankheit konnte den Ablauf und diese Routine stören. Aber dieses Mal war es anders. Als er aufwachte, stellte er sofort mit überraschender Schockierung und Enttäuschung fest, dass sein Verstand taumelte. Er suchte nach seiner kleinen verlorenen Idee. Körperlich war alles in Ordnung. Er fühlte sich ausgeruht, fit und klar im Kopf. Aber sein Gehirn suchte und suchte und verlor sich in unzähligen Kleinigkeiten. Er versuchte wieder einzufangen, was ihm vor wenigen Stunden noch klar vor Augen erschien. Doch blieb er stets an einer ausweichenden, leeren Hülle hängen. Die Idee hatte sich völlig verändert. Oder besser gesagt, sie schien von einer Unzahl neuer Eindrücke erdrückt zu werden, die auf sie einströmten. Neue Schreibweisen, Blickwinkel, ja sogar Entwicklungen. Im Lichte dieser Erweiterungen und neuen Aspekte hatte sich seine ursprüngliche Idee bis zur Unkenntlichkeit verändert. Der Keim hatte sich auf wunderbare Weise entblättert, sodass ein Buch, ja, ein kompletter Band ihn allein ausdrücken konnte. Ein Heer von neuen Vorschlägen schrie nach Ausdruck. Sein Unterbewusstsein hatte sich mit Leben gefüllt. Es sprudelte förmlich aus ihm heraus. Aktiv, überfüllt, stürmisch. Und die Dunkelheit verwirrte ihn. Er erinnerte sich an das Fehlen der gewohnten Fenster, aber erst als sein Blick auf die Uhr fiel und die Zeiger auf dem Ziffernblatt im Kerzenlicht auf zwei Uhr standen, wurde ihm klar, dass es noch mitten in der Nacht war. Er hörte das Geräusch von verwirrtem Flüstern in der Ecke des Zimmers und erkannte mit einem kleinen Schauer, der ihm über den Rücken lief, dass diejenigen, die dort flüsterten, soeben neben seinem Bett gestanden hatten. Das Zimmer war voll von ihnen. Obwohl das Kerzenlicht es leer erscheinen ließ, kahle Wände, kahler Boden, fünf einfallslose Möbel und fünfzig Sterne, die durch das Dachfenster lugten, war es unbestreitbar, von lebenden Menschen bevölkert, deren Gedanken ihn aus dem tiefen Schlaf gerissen hatten. Das Geflüster verhallte natürlich im Wind, der über das Dach und die Dachziegel fegte, aber die Flüsterer blieben. Sie hatten versucht, an ihn heranzukommen. Als er plötzlich erwachte, hatte er sie auf frischer Tat ertappt und alle hatten neue Interpretationen mitgebracht. Sein Denken hatte sich grundlegend verändert. Der ursprüngliche Gedanke war wie unter einer Lawine verschüttet. Neue Bilder strömten ihm in den Kopf und sein Gehirn arbeitete wie in Momenten intensivster Kreativität. Jones setzte sich auf, zitterte ein wenig und starrte in den leeren Raum, der jedoch dicht mit diesen unsichtbaren Flüsterern gefüllt war. Und dann erkannte er das Erstaunliche. Das Ziel ihres Angriffs war er. Und das mit voller Absicht. Dutzende anderer Köpfe, tiefe, mächtige, sehr aktive Präsenzen schlugen und donnerten gegen die Türen seiner Vorstellungskraft. Der Ansturm war gewaltig und verwirrend. Der Angriff so überwältigender Ideen ließ seine ursprüngliche Geschichte unter einer Flut neuer Vorschläge verschwinden. Die Inspiration war plötzlich und sinnflutartig und doch so umfangreich, dass sie unhandlich, zusammenhanglos und nutzlos für ihn schien. Es war wie der Bildersturm, den das Fieber mit sich bringt. Seine erste Eingebung, der er am gestrigen Tag noch nachgehen wollte, schien nicht mehr zart, sondern unbedeutend zu sein. Sie war unwirklich und winzig geworden verglichen mit dieser enormen Auswahl an Handlungen, Erweiterungen, Entwicklungen, die jetzt sein pochendes Gehirn überforderten. Die Angst packte ihn leibhaftig, als er in der leeren Dachkammer vergeblich nach einer Erklärung suchte. Es gab absolut nichts, was diesen Sturm neuer Eindrücke auslöste. Die Leute schienen alle zusammen zu ihm zu sprechen, etwas durcheinander, aber sehr eindringlich. Es war eher eine Besessenheit anstatt einer Inspiration und so beißend, so schrecklich real. Wer seid ihr alle? flüsterte sein Verstand in leere Wände und leere Ecken. Von einem schreienden Boden und der Decke kam der Chor der Bilder zurück, die stürmten, sprudelten und nach Ausdruck verlangten. Jones lag still und lauschte. Er ließ sie kommen. Er konnte sich ihn eh nicht erwehren. Ängstlich, bedrückt, aber auch empfänglich lag er da. Es war alles zu groß für ihn, um es zu bewältigen. Es schien seine eigenen, im Vergleich dazu winzigen Kräfte, zu übersteigen. Es kam auch in einem Wulst von Eindrücken, alle getrennt und doch irgendwie miteinander verwoben. Vergeblich versuchte er sie zu sortieren und zu sichten. Genauso gut könnte er die Wellen einer aufgewühlten See sortieren. Sie waren zu selbstbewusst, um sie zu lenken oder zu kontrollieren. Wie wilde Tiere, hungrig, durstig, gefräßig, stürmten sie von allen Seiten auf ihn ein und bedrängten seinen Geist. Und dennoch nahm er sie in einer bestimmten Reihenfolge wahr. Denn zuerst war die unmöblierte Dachkammer voller menschlicher Leidenschaften, Liebe und Hass, Rache und böse List, Eifersucht, Mut und Feigheit erfüllten sie. Alle lebenswichtigen menschlichen Emotionen, die jemals ersehnt, genossen oder frustriert erlebt wurden, und sie alle schrien nach Ausdruck, durchflutet und durchdrungen von einer sehnsüchtigen Sanftheit, von unglaublicher Schönheit, die in den leeren Räumen seines Herzens seufzte und um unmögliche Erfüllung flehte. Und danach blitzten und tauchten und donnerten riesige Fragen auf, in einem bestimmten Muster, jedoch wild verstrickt, und sie riefen danach, entwirrt und klar ausgedrückt zu werden. Außerdem kam mit jedem Satz ein neuer Vorschlag, wie man die kleine, zarte Idee umsetzen könne, die er fünf Stunden zuvor mit ins Bett genommen hatte. Jones machte sich jeden Vorschlag zu eigen. Die Vorstellungskraft krümmte und verdrehte sich unter dem Druck all dieser möglichen Ausdrucksformen, zwischen denen er wählen musste. Seine kleine Idee wuchs zu vielen Bänden heran, zu einem Werk, das ein Dutzend Leben füllen könnte. Es war herrlich berauschend, wenn auch so hoffnungslos unüberschaubar. Er fühlte sich wie viele Köpfe in einem. Dann kam eine weitere Kette von Eindrücken, heftig und doch beständig wegen ihrer Tiefe. Die Stimmen, Fragen, Bitten verwandelten sich in Bilder. Und er sah, wie sie sich durch seine Tiefen kämpften. Ungeheure Mengen von Menschen, die wie Flüsse dahin strömten, zusammengetrieben, hierhin und dorthin schwenkend von irgendeiner herausragenden Führungsfigur, die sie wie fließendes Wasser lenkte. Sie schrien und kämpften, lieferten sich Schlachten, dann sanken sie aus dem Blickfeld, zusammengekauert und blutig zerstört. Und ihre Plätze wurden augenblicklich von weißen Scharen mit leuchtenden Augen und Sehnsucht in den Gesichtern eingenommen, die steile Höhen hinaufstiegen, zu einem Glanz, der immer außer Sicht blieb, wie der Sonnenaufgang hinter den Bergen, den die Wolken dann verschlingen. Das Donnern der Bilder war zerstörerisch in seiner Flut. Seine kleine erste Idee wurde ertränkt und zerstört. Jones sank erschöpft und völlig konsterniert zurück. Er gab jeden Versuch auf, eine Auswahl zu treffen. Der treibende Sturm fegte durch ihn hindurch, immer weiter, mal stärker, mal schwächer, aber nie weniger werdend und scheinbar endlos wie der Himmel. Er drehte sich im Kreis, wie das Drehen eines riesigen Rades. Alle Aktivitäten, mit denen der menschliche Verstand seit Beginn des Denkens zu kämpfen hatte, dröhnten, krachten und drängten sich gegen den imaginativen Stoff, aus dem sein Verstand gebaut war. Die Wände begann nachzugeben und sich zu setzen. Es war wie das Chaos, das der Wahnsinn mit sich bringt. Er kämpfte nicht dagegen an. Er ließ es kommen, lag offen und empfänglich, biegsam und plastisch für jede Einzelheit der gewaltigen Invasion und das einzige Mal, als er ihrem Drängen nach Ausdruck zu gehorchen versuchte, indem er nach dem Stift und dem Notizbuch griff, die neben seinem Bett lagen, gab er sofort wieder auf und sank mit einer Art erschrockenem Lachen in die Kissen zurück. Denn der Sturm schien ihn umzuwerfen und sein Gehirn zu zermalmen. Eine unentwirrbare Verwirrung erfasste ihn. Er hätte genauso gut versuchen können, in einer halben Stunde die gesamte Bibliothek von Alexandria zu notieren. Dann, als er den Schlaf der Erschöpfung auf seinen müden Nerven spürte, hörte er diesen tiefen, ungeheuren Klang. Alles, was vorausgegangen war, nahm er auf wunderbare Weise in sich auf und bemutterte es mit einer Süße, die seiner Einbildungskraft wie ein harmonisches, geometrisches Geflecht erschien, das alle Aktivitäten enthielt, die der menschliche Verstand je gekannt hat. Er nahm es nur schwach wahr, aus unendlicher Ferne. In die Ströme scheinbarer Widersprüche, die so heftig um ihn kämpften, schien es einen Hinweis auf eine vereinheitlichende, harmonische Erklärung zu bringen, eine beruhigende Note. Und hier und da, als der Schlaf ihn begrub, stellte er sich vor, dass Akkorde auf Seiten der Kadenzen aufgeheilt waren und manchmal sogar in eine Melodie ausbrachen. Musik, die überall aus dem Leben aufstieg und die Gedanken zu einem homogenen Ganzen verwoben. »Gut geschlafen?« erkundigte sich sein Cousin, als er am nächsten Tag sehr spät zum Degenieur erschien. »Glaubst du, du kannst in diesem Zimmer arbeiten?« »Ich habe geschlafen, ja, danke«, sagte Jones. »Zweifellos werde ich dort gut arbeiten können, wenn ich ausgeruht bin. Übrigens,« fragte er jetzt, »wofür wurde der Dachboden in letzter Zeit benutzt? Was war da drin, meine ich?« »Bücher.« »Nur Bücher«, war die Antwort. »Ich habe meine Bibliothek dort monatelang gelagert, ohne dass ich sie benutzen konnte. Ich ziehe so oft um, weißt du? 500 Bücher wurden herausgenommen, kurz bevor du ankamst. Ich denke oft,« fügte er fast unbekümmert hinzu, »dass, wenn Bücher so lange ungeöffnet liegen, die Köpfe, die sie geschrieben haben, unruhig werden müssen und »Was für Bücher waren das?« unterbrach ihn Jones. »Beletristik, Poesie, Philosophie, Geschichte, Religion, ach ja, und Musik. Ich hatte allein 200 Bücher über Musik dort gelagert. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr die Arbeit dieses Kanals finanziell unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf meine Patreon-Seite oder sendet mir ein kleines Trinkgeld per PayPal. Das würde mich sehr freuen. Bis demnächst zu einer spannenden Geschichte auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020